Anschlüsse ICE 877 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Braunschweig, Abfahrt 18.30 von Gleis 13, IC 22.42 nach Münster Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.34 von Gleis 14, IC 24. 31 nach Cottbus über Königsusterhausen, Abfahrt 18.32 von Gleis L, direkt gegenüber LE2 nach Cottbus über Königsusterhausen, Abfahrt 18.35 von Gleis 12 und ICE 542 nach Köln Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.35 von Gleis 12 und ICE 542 nach Köln Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.5. Von Gleis 13, heute nur bis Hamm Hauptbahnboots. Gleis 11, Einfahrt IC 24, 31 nach Cottbus über Königs Wusterhausen. In den Abschnitten D bis G, Abfahrt 18 Uhr 32. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 11, Einfahrt IC 24, 31, 2 Cottbus via Königs Wusterhausen. In Plattform sections D, 2 G, Abfahrt 18 Uhr 32. Caution, der Fahrt ist gelaufen. Ihre nächsten Anschlüsse IC 22, 42 nach Münster Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 18 Uhr 34. Von Gleis 14, RE 2 nach Cottbus über Königs Wusterhausen. Abfahrt 18 Uhr 35. Von Gleis 12, direkt gegenüber RE 1 nach Brandenburg Hauptbahnhof über Potsdam. Abfahrt 18 Uhr 41. Von Gleis 14, EC 60, 4, 57 nach Meislau über Frankfurt-Oder. Abfahrt 18 Uhr 43, von Gleis 11, 27, nach Budapest-New Gatti über Pressburg. Abfahrt 18 Uhr 43. Von Gleis 11. Gleis 12, Einfahrt IC 736. In Plattform sections D, 2 G, Arrival 18, 25, caution, the train is arriving. Abfahrt 18. Ihre nächsten Anschlüsse IC 24, 31 nach Cottbus über Königs Wusterhausen. Abfahrt 18.32 Uhr, von Gleis 11, direkt gegenüber RE2 nach Cottbus, über Königs Wusterhausen. Abfahrt 18.35 Uhr, von Gleis 12 RE1, nach Brandenburg-Hauptbahnhof, über Potsdam. Abfahrt 18.41 Uhr, von Gleis 14, EC 60, 4, 57, nach Breslau, über Frankfurt-Oder. Abfahrt 18.43 Uhr, von Gleis L, direkt gegenüber, und EN 27, nach Budapest-New Garty, über Prespo. Abfahrt 18.43 Uhr, von Gleis L, Gleis 12, Einfahrt RE2 nach Cottbus, über Königs Wusterhausen. Abfahrt 18.35 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse, EC 60, 4, 57, nach Breslau, über Frankfurt-Oder. Abfahrt 18.43 Uhr, von Gleis L, direkt gegenüber, EN 27, nach Budapest-New Garty, über Prespo. Abfahrt 18.43 Uhr, von Gleis L, direkt gegenüber, ENJ 457, nach Wien-Hauptbahnhof, über Potsdam. Abfahrt 18.43 Uhr, von Gleis L, direkt gegenüber, LE 7, nach Wünsdorf-Waldstadt, über Flughafen Berlin-Frankenburg, Tagungen 1 bis 2, Abfahrt 18.46 Uhr, von Gleis 12, und ICE 542, nach Köln-Hauptbahnhof, über Hannover-Hauptbahnhof. Abfahrt 18.46 Uhr, von Gleis 13, heute nur bis Hamm-Hauptbahnhof. Gleis 11, Einfahrt, EC 60, 4, 57, nach Breslau, über Frankfurt-Oder, mit EN 27, nach Budapest-New Garty, über Prespo. Mit NJ 457, nach Wien-Hauptbahnhof, über Potsdam, Abfahrt 18.43 Uhr, Zug wird in Breslau, und Bretschlau, Geteilt, Vorsicht bei der Einfahrt. Meine Damen und Herren, Angleis 11, Bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ladies and Gentlemen on Platform 11, please board the train. Keep clear of the doors and take care while the train is departing. Mit NJ 457, nach Köln-Hauptbahnhof, über Hannover-Hauptbahnhof, über Hannover-Hauptbahnhof, Anfass 18.46 Uhr, heute ca. 15.46 Uhr, von Gleis 14, direkt in NJ 457, nach Köln-Hauptbahnhof, über Hannover-Hauptbahnhof, Gleis 12, Einfahrt, RE 7, nach Wünsdorf, Waldstadt über Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 bis 2. Abfahrt 18 Uhr 46. Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 12, now arriving RE7 to Wünsdorf-Waldstadt via Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 1 bis 2. Departure 18 Uhr 46. Caution, the train is arriving. Die nächsten Anschlüsse RE1 nach Frankfurt Ruder über Fürstenwald. Abfahrt 18 Uhr 41 von Gleis L. Direkt gegenüber RB14 nach Nauen über Berlin-Spandau. Abfahrt 18 Uhr 37. Heute circa 15 Minuten später von Gleis 13 RE1 nach Magdeburg über Potsdam. Abfahrt 19 Uhr 11 von Gleis 14 und RE2 nach Wiesmar über Berlin-Spandau. Abfahrt 19 Uhr 25 von Gleis 13. Gleis 11 von Gleis 13. Nach Frankfurt Ruder über Potsdam. Abfahrt 18 Uhr 41. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 11 von Gleis L. Direkt nach Ludwigshelde über Berlin-Spandau. Abfahrt 19 Uhr 6. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 11 von Gleis 13. Gleis 11 von Gleis 13. von Leis 1 L.E. 5 nach Elsterberger in Nord-Berlin, Südkreuz und Abfahrt 19.18, von Leis 4, von L.E. X. 18, 9, 5.16 nach Ludhafen Berlin-Kampion, Charmin 1.2, über Berlin-Ostkreuz, Abfahrt 19.27, heute von Leis 7. Plattform 3, now arriving I.C.E. 15.34, to Stuttgart Main Station, via Frankfurt Central, in Plattform Section B, to E. Departure 19.04, personal launches, then in Plattform Section D. Caution, the train is arriving. Gram 5, Alt apologise, then in Plattform Section D.C.V., 2014, in Plattformار Region 2 , 1,9,1,8, 4, mit dem Solches Street exposure, Google Dirhen, great value, tier 1,8,0, Motor Guard, Western and Computer Run, there is an Ot Bean, there of two lines ofれる of the Ihre nächsten Anschlüsse, RE7 nach Dessau Hauptbahnhof über Michendorf, Abfahrt 19.15 Uhr, heute circa 5 Minuten später von Gleis 13, RE2 nach Wiesmar über Berlin-Spandau, Abfahrt 19.25 Uhr, von Gleis 13, RE2 nach Cottbus über Königs Wusterhausen, Abfahrt 19.35 Uhr, von Gleis 12, RB14 nach Nauen über Berlin-Spandau, Abfahrt 19.37 Uhr, von Gleis 13, und RE1 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Potsdam, Abfahrt 19.41 Uhr, von Gleis 14. Information zur RE7 nach Dessau Hauptbahnhof über Michendorf, Abfahrt 19.15 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Ihre nächsten Anschlüsse, RE7 nach Dessau Hauptbahnhof über Michendorf, Abfahrt 19.15 Uhr, heute circa 5 Minuten später, von Gleis 13, direkt gegenüber RE2 nach Wiesmar über Berlin-Spandau, Abfahrt 19.25 Uhr, von Gleis 13, direkt gegenüber RE2 nach Cottbus über Königs Wusterhausen, Abfahrt 19.35 Uhr, von Gleis 12, RB14 nach Nauen über Berlin-Spandau, Abfahrt 19.37 Uhr, von Gleis 13, direkt gegenüber, und RE1 nach Brandenburg-Hauptbahnhof über Potsdam, Abfahrt 19.41 Uhr, von Gleis 14. Gleis 4, Einfahrt, RE5 nach Altentretto über Brandenburg, in den Abschnitten C bis E, Abfahrt 19.43 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 14.45 Uhr, bitte beachten Sie die in den Bahnhöfen und Züge geländen Verordnungen und Gesetze zur Abstands- und Maskentragepflicht, sowie die in den Züge geländen 3G-Regeln, bitte nutzen Sie die gesamte Zuglänge zum Ein- und Aussteigen, vielen Dank und bleiben Sie gesund. Gleis 14.45 Uhr, jetzt in diesem Bahnhof bereit, nicht gestattet. Gleis 2, Einfahrt, B, C, 20, 75, in den Abschnitten A bis E, Ankunft 19.55 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 2, now arriving, I, C, 20, 75, in Plattform sections, A, 2, E, arrival 19.55, caution, the train is arriving. Gleis 14.45 Uhr, jetzt in diesem Bahnhof, die in den Abschnitten A bis E, Ankunft 19.55 Uhr, Ihre nächste Anstieg ist in ICD 504, nach Hamburg-Alternach, über Hamburg-Hauptbahnhof, Anfang 19.38, heute circa 25 Minuten Stunde, von Gleis 8, RB 4, nach Ludwigsfelde, über Berlin-Südkreuz, Abfall 20.06, von Gleis 4, ICD 10, 07, nach Hamburg-Alternach, über Hamburg-Hauptbahnhof, Abfall 20.06, von Gleis 8, ICD 11, 09, nach München-Hauptbahnhof, über Nürnberg-Hauptbahnhof, Abfall 20.05, von Gleis 8, ICD 11, 07, nach München-Hauptbahnhof, über Nürnberg-Hauptbahnhof, in den Abschnitten B bis E, Abfall 20.05, von Gleis 8, ICD 11, 07, nach München-Hauptbahnhof, heute erste Klasse in Abschnitt B, Vorsicht bei der Einfahrt. Plattform 1, now arriving, ICE 11, 09, to Munich-Mainstation, via Nürnberg-Mainstation, in Plattform-Section B, 2, E, departure 20.05, first class coaches, today in Plattform-Section B, caution, the train is arriving. Old transport building. Wir ziehen es heute weiter, das 1, IhrBill, das 1-Einfahrt, ICD 16, 07, nach Erfurt-Hauptbahnhof, über Leipzig-Hauptbahnhof, In den Abschnitten A bis G. Abfahrt 20.30 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt C und G. Vorsicht bei der Einfahrt. E Departure 20.30 Uhr. First Class Coaches today in Plattform Section C und G. Caution, the train is arriving. C. Caution, the train is arriving. über Bernhard, Abfahrt 20.32 Uhr, von Leis 7 und L.E. 5 nach Osthoch-Hauptbahnhof über Orangenburg, Abfahrt 20.42 Uhr, von Leis 6. Information on IC 22, 75 to Dresden Main Station via Flughafen der Niebrandenburg, Terminal 1 bis 2. Departure 20.26, Delayed today by about 5 minutes. Information zu Le 17 nach Elsterwerda über Flughafen der Niebrandenburg, Terminal 1 bis 2, Abfahrt 20.26 Uhr, heute ca. 5 Minuten später. Information on R.U. 17 zu Elsterwerda via Flughafen der Niebrandenburg, Terminal 1 bis 2, Abfahrt 20.26 Uhr, Delayed today by about 5 minutes. Leis 2, Einfahrt IC 22, 75 to Dresden Main Station via Flughafen der Niebrandenburg, Terminal 1 bis 2, in den Abschnitten B bis D, Abfahrt 20.26 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Die Flughafen der Niebrandenburg, Terminal 1 bis 2, in den Abschnitten B bis 0, Abfahrt. 20, 26, caution, the train is arriving. 4, 71, nach Zürich, bitte steigen Sie ein, vor sich an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Please hold the train, keep clean off the doors and take care while the train is departing. 4, 71, nach Zürich über Rathburg am Main, Hauptbahnhof, Abfahrt 22, 54, von Leis 3, Lettige über, Endnotch, 471, nach Zürich über Mannheim, Hauptbahnhof, Abfahrt 22, 54, von Leis 3, Lettige über, FNX 18, Nord, 71, nach Luka, St. Kost der Rathburg am Main, Hauptbahnhof, Schatten 1 bis 2, über Berlin-Fostkreis, Abfahrt 22, 57, von Leis 4, und LGA, hier nach Bratogon über Berlin-Fallbahn, Abfahrt 22, 58, von Leis 4, und LGA, hier nach Ratogon, über Berlin-Fallbahn, Abfahrt 22, 58, von Leis 8, Was ist das für Turek für Turek? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.